Also ich bin der Lukas Lewin, ich bin 20 Jahre alt und mache gerade die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik und bin im dritten Lehrjahr. Instandhaltung von den Piston-Bullys und deren Systeme, das Um- und Nachrüsten von Piston-Bullys, von mechatronischen Systemen und die Reparatur und doch Instandhaltung von den Piston-Bullys. Ja, mich hat Kfz eigentlich schon immer interessiert. Ich war auch früher schon ein Schrauber und hat mir halt schon immer gefallen. Das hat mich auch schon interessiert unter den Piston-Bullys. Allgemeines Produkt, vor allem auch die gute Zusammenarbeit mit den Gesellen, dann das sehr gute Arbeitsklima und die gute Vergütung. Musik Musik